Musik 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 Und jetzt bin ich gerade beim Casting, die herrliche Frau hier mit der Pommesbude in Malzrode oder auch mal eine halbe Cola umsonst Kerstin ist ein bisschen gehemmt Jetzt blockt sie, die Frau mit dem 50% Mayonnaise Aber echt fett Und sie nimmt auch die Pommes, die ich gesagt habe Vorher meinte sie, ich esse ja nichts Immer mal probieren Und die gibt es immer Geschmack Lecker Also wenn du Pommes willst Lässt die von Kerstin machen, sagst die aber Eine Minute länger Traumhaft Das ist doch schön, wenn sie dir so gefallen Musik 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 Jedenfalls musste ich dann auch hinweisen Dann Ja der Jesus, der kann ja nicht alles Der Jesus kann ja nicht alles Genau, das war ja das letzte Er kann Er kann alles, weil er ist Jesus Und er hat keine Bedankung, er ist nicht limitiert und das Einzige, dass wir ihn, wir limitieren ihn ja. Das ist der Punkt. Und das habe ich ihr halt gesagt und dann schaut man auf das, ja, also hat ja was gebracht, so dann kommt das Symptom wieder, also schaue ich nicht auf Jesus, schaue von ihm weg, sondern schaue auf das Symptom, schaue wieder auf die Ursache und sage, naja, diese kann er ja doch nicht. Und damit verspüle ich mir dann auch meinen Jesus auf einmal den Namen. Genau, und schon gehe ich dann lieber zu einer Klang. Das heißt, der Herr tröstet sich dann auch und lässt sogar eine Gebetserhöhung zu. Kann man ja auch mal so sagen, ne? Lässt mal eine Gebetserhöhung zu. Aber dann klären sich alle nur noch auf, geht es mir gut oder nicht, funktioniert oder nicht. Schluss. Und dann hast du deinen Tetra Pak Jesus und dann ist die Pulle leer und ... Ja, im Grunde müsste man, oder im Grunde wäre es eigentlich so, dass wenn man für jemanden betet und der sagt, kannst du für mich beten, ich habe das und das Symptom oder Problem. Normalerweise müsste er erst das Evangelium, das hat das tolle Evangelium erst mal dargebracht kriegen. Was ist denn überhaupt mit dem Jesus? Ich wäre ja ganz schlimm, außer die Person ist sehr sensibel, aber ansonsten würde ich sagen, Moment, du musst erst den Vater wechseln, jetzt hast du den Teufel zum Vater. Da musste er erst mal den Vater von jedem sein. Oder wenn es eine sensible ist, würde ich sagen, du stehst du denn auch unter dem Schutz dieses Herrn? Ja. Weil das ist erstmal viel wichtiger als das andere, das nimmt er auch wichtig. Und dennoch passieren ja genau, diese Wunder passieren ja. Einfach zu sagen, okay, ich glaube jetzt einfach mal für dich mit, auch wenn du da nichts dran bist. Oh ja. Oh ja. Ich bete für dich und sage hier im Namen Jesus, oder wie auch immer, sei einfach gesund. Weil er hat deine Krankheit bereits getragen, auch wenn du es noch nicht weißt, auch wenn du es nicht glaubst. Und dennoch tut er es und es passieren Wunder. Genau. Und viele oder einige ergreifen es dann ja danach. Und da kann ich mehr davon. Genau. Aber weißt du, kennst du den Typen in der Bibel? Den mit den Zehen? Nee, pass auf. Ja, vielleicht war einer von den Zehen, von den Zehen, also die Zahl Zehen. Ja. Und der heißt wohl Simon. Und der macht nachher eine Party und lädt Jesus ein. Und der Gott in der Bibel wird da angekündigt von Simon der Aussätzige. Klar, der ist nicht aussätzig, sondern der war aussätzig. Und wahrscheinlich lädt er deswegen auch Jesus ein. Aber er sieht Jesus nie als ein Erlöser. Weil er war auf einmal komisch konsterniert, als die Frau kommt und sich vor Jesus beugt und Salböl und alles. Die wusste, dass es der Erlöser war. Und der Simon, der kam gar nicht damit klar, sondern meinte, äh, komisch, komisch und so. Und der sagt hier so, guck doch mal. Die liebt viel. Warum wohl? Ich hab ihr viel vergeben dürfen. Ich würd ein großer Star, auch wenn er nicht bei mir wär. Mit viel Applaus und auch bla bla, auch wenn er nicht bei mir wär. Wenn er nicht bei mir wär, könnte ich spielen wie ein Profi. Doch ich sag dir wie es ist, wenn er nicht bei mir wär. Wäre ich nichts mehr. In meiner Sprache jetzt. Das heißt, der hatte sein Wunder, du warst ja eben bei Wunder. Der hatte sein Wunder, der war vom Aussatz gereinigt, hat auch Party gemacht, aber er drang nicht durch. Das heißt, nach dem Wunder gehen sie weg. Und andere wiederum finden durch das Wunder zu ihm hin. Und insofern denke ich, in der Verkündigung oder im Miteinander wäre es oftmals wichtig, sagen, hey, preis den Herrn, der Herr hat nur auf dich gewartet, der will dich heilen, super. Aber, lass uns auch drüber reden. Willst du nicht eigentlich beständig diesem herrlichen Herrn dich auch unterwerfen? Ja. Was Sie nicht wissen und was der Unterschied zwischen Simon und der... Lecker, deine Pommes. Und die Mayo. Die Frau ist praktisch einfach, dass sie erkannt hat, dass sie Vergebung braucht. Ihr war klar, ich bin eine Sünderin. Simon wusste es nicht. Simon war krank, ist geheilt worden, aber war sich eigentlich im Grunde keiner Schuld bewusst. Ähm, also er war sich als Sünder überhaupt gar nicht bewusst. Ist eigentlich die Folge davon. Deshalb war sie viel. Weil wenn du richtig Schuld in dir trägst, ja, dann bist du lieber froh, wenn er die Schuld genommen würde, anstatt dass dein Bein wieder vernünftig gibt. Gut, außer es ist ein bisschen schlimmer als so. Ich meine, klar, es gehört zusammen einfach. Ja. Der Heiler ist auch der Heiland. Der will dein ganzes Herz lang heilen, ne? Ist einfach krank. Ich denke mal einfach, dass da der, 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 dass wir einfach die Tiefe, die Tiefe ihrer... Guck mal, du musst deine Pommes mal probieren. Die sind lecker. Ihrer Schuld bewusst war. Und deine 50%... Entschuldigung. Und dann diese wirklich 150%ige Meinung. Ja. Ich meine, wenn du, weißt du, ich bin 30 Jahre gläubisch. Aber erst, aber erst 12 Jahre oder 10 oder 7 oder 6, keine Ahnung, er ist Sünder. Wer nicht bei mir wär, wär ich der Lügner deiner Seele. Ein, zwei Stunden schön und doch, ja doch nicht mehr... Vorher warst du mit Jesus, super hier, klasse und in Christus, alles, das ganze Programm, hab meine Bibel verstanden. Aber ich war selber kein Inhalt. Ja, schon mal. Ich war kein Inhalt von dem Zeug, von diesem Wort. Aber... Ich war selber nicht der Inhalt. Wir machen uns alle so einen Jesus aus der Bibel, anstatt selber uns in die Bibel zu verlieren, in dem, was da steht. Aber weißt du, was du nicht mehr bist? Ach, Kerstin, mach mich immer zum Heiligen erzählen. Genau. Mach mich immer so. Genau. Ich sag allen Leuten immer, ich hab keine Ahnung. Ehrlich. Du bist kein Sünder mehr. Die letzten 5 Jahre. Du bist kein Sünder mehr. Du bist ein Heiliger, der sündigt. Du, aber jetzt pass auf. Die letzten 5 Jahre oder 10 oder 4 oder keine Ahnung. Ich weiß nichts mehr. Ich würde mich nicht mehr Christ nennen. Ich würde nicht mehr sagen, Christus ist in mir. Würde ich alles nicht mehr... Will ich gar nicht alles mehr erzählen. Weiß ich auch gar nicht, ob es stimmt. Ich erlebe es tatsächlich. Aber ich brauch das gar nicht zu wissen. Verstehst du? Das ist mir alles Schnuppe. Na, heute hat mich einer angesprochen. Da hat mich einer angesprochen. Na, wie geht's? So mit Christus und sowas. Und ich sag... Äh... Ja, ich mach nichts anderes. Ich sag, wenn ich koche. Wenn ich in meiner Ecke sitze. Wenn ich das Mittagessen fertig mache. Wenn ich irgendwas in der Hauswohngruppe mache. Ich sag, ich hab immer nur... Nee, ich komm auf nichts anderes. Egal was ich mache. Ich komm nur immer auf diesen Jesus. Weil ich Amen habe. Genau gestern gesagt. Genau vorhin hab ich genau jemand her. Hat mich hier genau das gestern gesagt. Wir hatten genau das Thema. Dass Christus ist. Er ist. Es ist unser Bewusstsein. Also er ist einfach. Genau. Und vorhin hab ich gerade dann zu jemandem auch hier gesagt. Ich bin kein... Ich bin kein Christ. Also ich mag dieses... Dieses... Ich brauch das alles nicht. Ob ich Christus in mir habe. Ob ich Christ bin sowieso. Was... Was ist Christ? Aber dass dieser Jesus. Ohne aufhörlich in meinem Leben auftaucht. Die ganze Zeit. Ich denke an nichts anderes. Verstehst du? Gut. Wenn meine Kippen gerade mal alle sind. Denke ich scheiße. Das muss ich zum Automaten ran. Okay. Tut mir leid Jesus. Habt doch mal kurz den anderen Gedanken. Obwohl mittlerweile trau ich mich nicht mal zu 10er fach. Was das? Kannst du dir vorstellen. Dass er dich selbst wenn du diesen kleinen Gedanken hast. Oh ich muss. Muss ich mir ja mal eben zu kippen. Ändert nichts an seiner Liebe. Null. Der geht mit mir spazieren und sagt. Guck mal hier die Blümchen an den anderen. Sind die nicht schön? Da ist völlig bursch. Unwichtig. Aber weißt du. Auch wenn ich so die Mitbewohner alle angucke bei mir zuhause. In dieser Hausfrauengruppe da. Jeden den ich angucke. Äh. Ich denk nur. Boah Gott. Wie machst du das? Die sind alle so herrlich diese Leute. Die frecken mich auch an. Verstehst du. Die kacken mir auch volle Füße. Verstehst du. Teenager sind so. Aber. Das ist alles irgendwie toll. Weißt du. Irgendwie ist es toll. Auch wenn ich dann da irgendwo erziehungsmäßig immer mehr eingreifen muss. Die sind alle so herrlich die Menschen. Hä. Jeder. Auch die mit denen ich überhaupt nicht klarkomme. Dann denk ich immer nur. Okay. Welchen Auftrag hab ich hier. Naja klar. Um die Ecke. Lieben. Klar. Hahaha. Kann aber gar nicht. Verstehst du. Ja musst du. Ja. Kommst du jetzt um die Ecke. Komm mal. Die musst du um die Ecke. Einfach nur sagen. Das ist. Wenn mich dann diese Gedanken überfallen. Die kommen. Die kommen ja ohne dass man, dass man jetzt irgendwie das steuert. Sondern es kommt jemand. Und die Gedanken sofort fahren Karussell und man denkt. Punkt. Du einer. Und dann sagt man. Also dann weiß ich. Jetzt ist es egal. Also es ändert nichts. Es ändert null. 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 An deiner Liebe zu mir. Du hast mich zuerst geliebt. Du hast mich gewollt. Und diese Gedanken sind jetzt da. Und ich muss dem jetzt nicht. Ich muss jetzt nicht diesen. Dieses Gegenüber. Was mir schwer fällt. Aus mich heraus lieben. Weil ich das nicht kann. Null. Null. Und das ist das toll was du gesagt hast. Um die Ecke liegen. Um die Ecke. Wenn er nicht bei mir wär. Wär ich der Lügner deiner Seele. Ein zwei Stunden schön. Und doch ja doch nicht mehr. Wenn er nicht bei mir wär. Dann würden wir wohl lachen. Oberflächig doch. Es wäre nicht mehr. Die Liebe ist viel mehr. Als ein Wort. Ein Lied. Musik. Und auch ohne mich. Die Liebe. Liebe ist. Woher kommt. Dieses Angebot. Von Gott. Nämlich durch diesen Jesus. Das kommt doch nicht daher. Dass ich auf die Knie gehe und mich bekehre. Sondern das Angebot. Kommt jetzt zu mir hin. Und dann treibt es mich auf die Knie. Ich würde gerne mich. Verstehst du. Aber von woher. Und genauso ist es dann im täglichen Leben. Hey. Ich habe einen scheiß Gedanken. Und Gott verschwindet einfach nicht. Und dann denke ich. Ist das denn in Ordnung. Auch kein schlechtes Gewissen so. Sondern. Hey. Danke. Dass du gekommen bist. Zwar als Richter. Aber auch als Retter. Na. Du hast mich raus gerettet. Indem du mir klar gesagt hast. Du die Richtschnur. Die sieht ein bisschen anders aus. Kommt jetzt ein bisschen. Herrlich. Ja. Der kommt zu uns. Und der. Der bleibt ständig an mir kleben. Wenn ich selber probieren muss. Dranzubleiben. Habe ich schon verloren. Ja. Wie du eben gesagt hattest. Ja. Sobald ich anfange. Durch irgendwelche Äußerlichkeiten. Mir das Feeling wieder herzuholen. Habe ich mir meinen Jesus schon selbst gebaut. Kannst du vergessen. Ja. Die Trinere dran und den Kohl ausgeben. Danke. Bitte. Oh. Kühl. Ah. Herrlich. Ja. Ich dachte heute treffe ich mal Michael hier bei dir in der Pommesbule. Ja. Da. Weil ich dachte wenn ich jetzt immer nur zur Kerstin gehe. Dann macht der Michael. Guck mal. Wieso taucht der mal auf? Nein. Wenn du da bist. Nein. Nicht ein Gedanken würde er. Da dachte ich. Jetzt war ich erst vorbei. Dann gucke ich. Ob der Michael da ist. Dann gehe ich mal bewusst hin. Damit er sieht. Oh tja. Das ist ja das Herrliche. Ich meine ich höre die Kerstin so gerne. Wenn die so erzählt und so. Das habe ich schon gerne. Ich meine du bist echt ein Puhig. Du bist schon hammermäßig. Ich weiß nicht mehr. Ja. Ja ist so. Ist ja noch. Ja. Die Leute denken ja eigentlich wir sind bekloppt. Ja. Aber. Wie kann man denn den ganzen Tag an Jesus denken? Wie geht das? Ich meine ich muss auch noch was anderes machen. Ich mache ja auch. Ja ich denke es ja auch nicht. Er denkt ja mit mir zusammen. Ich denke ja gar nicht in dem Sinne. So ich will dich mal lösen. Das ist aber das Sein. Das ist das Bewusstsein. Nein. Ich glaube das habe ich auch jetzt. Es ist echt das Sein. Das habe ich auch vor einiger Zeit benutzt das Wort. Es ist einfach. Ich merke dass ich da bin. Weil er mich bemerken lässt dass ich da bin. Also. Ich kann gar nicht mehr nebenbei leben. Ich bin immer. Ja. Da. Genau. Wenn wir überlegen dass. Dass Gottes. Da sein. Also Gott ist ja immer da. Und das heißt wenn er mit uns Beziehungen beginnt. Dann verwandelt er uns auch zu so einem Dasein. Zu einem beständigen Ganzsein. Echtsein. Da brauche ich keine Ethik über Authentizismus. Genau. Sondern ich werde einfach verwandelt in diese Authentizismus. Ja. Das Wort da was kann er auch sprechen. Ja. Und. Was fiel eben. Was das fiel. Das Sein. Das Bewusstsein. Das Leben. Das Sein. In Jesus. Mit Jesus. Durch Gott. Halt. Erschwert. Ist dass sie sich immer autark sehen. Sie sehen sich hier. Ja. Gott da. Und Jesus ist auch noch irgendwo dann so dazwischen. Also da laufe ich dann so irgendwie hinterher. Und der fühlt mich da irgendwie. Aber einfach zu wissen dass wir schon durch ihm einfach sind. in ihm. Ja. Ich nenne das analoges Christentum. Man sieht die Bibel. Analoges Christentum. Ah. Nein. Wenn er nicht bei mir wär. Könnte ich zwar von ihm singen. Von Bekehrung und viel mehr. Auch wenn er nicht bei mir wär. Wenn er nicht bei mir wär. Könnte ich die Bibel doch zitieren. Würde sagen was ich wär. Wenn er nicht bei mir wär. Viele würden sich bekehren. Doch was hätte ich davon. Wenn er die Liebe nicht bei mir wär. Analoges Christentum. Ah. Ich hab mit einer Reifen nachgemacht. Mit 23. Hallo. Nein. Ich hab das gelernt. Nein. Nein. Warum. Nein. Es ist so. Pass auf. Wenn ich jetzt auf deine Tafel gucke. Da steht da Cola. Mezzumix Phantan. Dahinter 1,70. So eine ganze Pulle voll. So ein halber Liter. Oder Pommes. Normal. 2,30. Megatüte 2,70. So. Das heißt. Da steht jetzt. Dass es das bei dir gibt. Und das kann ich kriegen. Fertig. So. Wenn ich jetzt die Bibel lese. Mach das mit der gleich. Dann hab ich ein kleines Problem. Da steht im Prinzip nicht. Mach die Bibel auf. Lies das. Und dann kriegst du das. Sondern da steht. Da ist ein Gott. Der das. Was du da liest. Dir schenkt. So. Wenn ich jetzt hingehe. Und das kriege. Dann geb ich dir am Schluss. Bisschen Knete. Und dann haben wir einen Deal gemacht. Mit Gott macht niemand einen Deal. Gott macht mit dir einen Deal. Du machst mit Gott niemand. Also. Man kann das auch mal so nennen. Es gibt auch so Beziehungsebenen. Wo man das Gefühl hat. Wir reden miteinander Jesus. Und dann sagt Jesus zu dir. Lass uns das. Aber eigentlich macht immer er mit uns den Deal. Oder anders übersetzt. Er macht mit uns den Bund. Wir können gar keinen machen. Er bietet uns seinen Bund an. Viele würden sich bekehren. Doch was hätte ich davon. Wenn er die Liebe nicht bei mir fällt. Super tollen Bund. Und hier. Lesen sie noch. Sehen. Das gibt es. Aber wenn sie dann essen. Und schmecken. Und das eben mit. Ne. Mit. Mit. Papa halt. Er bietet sich an. Und das auch noch. Das ist auch noch ganz kostenlos. Und ich ihn dann auch noch schmecke. Boah. Wer will denn da bitte sagen. Ne. Da gehe ich nicht mehr hin. Oder von dem will ich nicht hin. Ein kleines Kind. Da habe ich das schon hundertmal erzählt. Sorry. Ein kleines Kind sitzt im Gottesdienst. Und will nicht im Kindergottesdienst raus. Sagt. Ne. Bleib mal drinsitzen. Oh. Sagt der Pastor. Wow. Du. Dann musst du mir aber mal nachher sagen. Ob du irgendwann verstanden hast. Ja. Da sage ich dir dann. Der Pastor predig und so. Ganz normal. Alles so. Nachher kommt der Pastor zu dem Kind. Und sagt. Und. Hast du was verstanden. Das Kind. Ich habe alles verstanden. Bei Gott ist immer alles anders. Immer alles andersrum. Anders. Genau anders. So. Bei Gott ist immer alles andersrum. Wenn du meinst. Wie lebt man dein Leben. Man muss aufstehen. Man muss sich aktivieren. Man muss sich irgendwo investieren. Man muss Gegenwert und Wert abwägen. Und alles. Bei Gott ist immer alles andersrum. Es ist immer alles nehmend. Und umsonst. Trinkt. Und ihr werdet quälen. Bis ins ewige Leben. Und außer euch werden quälen. Ähm. Ich komme zu euch. Du brauchst mich nicht runterbeten. Oder raufbeten. Bei dem ganzen Programm. Du brauchst rauf und runterbeten. Bei Gott ist immer alles ganz anders. Alles was du denkst. Als Mensch. Ist sozusagen dieses analoge Leben. Dieses. Rausgehen. Begegnung. Gegenbegegnung. Etc. Bei Gott ist ganz anders. Der kommt einfach zu dir. Dann kommen wir zurück zur Gnade. Der kommt einfach zu dir. Viele erzählen das auch. Die hatten. Die wollten nie was mit Gott. Ich kenne auch Storys von der Satanskirche. Da wollten sie lästern über das Johannes Evangelium. Nur ein Satanist hat dazugehört. Da hat sich so Gott gekämpft. So Teufel. So gibt es auch so Berichte darüber. Weil Gott kommt zu dir. Und dann lebe auch so weiter einfach wie er zu dir kommt. Christus hat uns zuerst geliebt. So liebe ihn. Nämlich durch das wie er dich liebt, liebst du. Versuch gar nicht erst von deinem Vermögen da irgendwas zu investieren. Ja. Hey. Nimm die Investition die Gott dir durch Christus gibt. Dann hast du genug um zu sagen. Gott. Alle Arme sind offen. Wunderbar. Und ich danke dir. Und ich weiß du brauchst nichts. Aber ich bin da. Und du bist da. Und du hast ja gemacht, dass ich da bin. Und da bleibe ich drin. Ich bleibe auf dieser Gnadenschiene. Weißt du. Weil. Ich meine. Sehen wir mal ehrlich. Stell dir mal vor wir zwei wären jetzt so richtig so töffelhafte Heiden. Sind wir ja so. Irgendwo. Sind wir natürlich nicht mehr. So. Waren wir mal. Waren wir ja. Waren wir ja. Im Grunde. Bringen wir uns mal auf die Ebene von den anderen Menschen. Keiner ist mehr wert. Keiner ist weniger wert. Ich meine. Da zeig mir doch mal einen, der den Weg zu Gott weiß. Es gibt keinen. Außer Gott durch Christus selbst ist der Weg. Und es gibt keine Alternativen. Hey. Es gibt nichts. Außer ihn. Das heißt. Wirkliches Leben ist immer nur er. Es gibt kein wirkliches Leben. Du brauchst auch keine Pommes verkaufen. Du brauchst auch den Laden nicht. Alles unwichtig. Ne. Aber von ihm gegeben. Das Beste, was du darstellen kannst. Ihn. Und dann eben auch das, was du merkst. Ist so der. Die Zeit, wo ich auf Erden bin. Ist das eine Stück Weg. Ist dir. Diesen. Wunderbaren. Christ. Ne. Weil es wurde evangelistisch. Evangelistische Pommesbude. Komm zu Jesus. Er rettigt dich. Genau. Das macht mir immer so Spaß bei dir. Das ist schön. Komm zum guten Schluss. Sag ich dir. Und das fällt nicht schwer. Das Größte ist. Das Gott selbst mir sagt. Das er gerade jetzt. hier. La 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 la. La 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 la. La la la. La la. La. La 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 la